Die Sendung wurde live untertitelt Eine unheimlich spannende Partie Buschi Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf Das verspricht eine Menge Spannung Hier sehen wir es, das ist die Aufstellung von Ihnen heute Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1 Ganz interessante Entscheidung, Wolf Da ist eine Menge los im Mittelfeld Da brauchst du gute Leute Da brauchst du Laufbereitschaft Und Flexibilität Und so gehen sie heute in dieses Spiel Sie treten ihn heute im 4-3-3 an Buschi Kurzer Kommentar von dir dazu Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen Das Spiel breit zu machen Das Spiel breit zu machen Das ist der Handpfiff, das Spiel läuft. So langsam wird es gefährlich. Es bleibt erstmal weiter gefährlich, können sie sich befreien. Ja, den Hälter, richtig gefährlich war das nicht. Sie verlieren den Ball. Bam Thompson. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich zur Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Den Ball kann er abfahren. Gebt ein Wurf. Er passt gut auf und hat den Ball. Ball bleibt im Spiel, schöne Aktion. Pass kommt nicht an. Füllkrug. Cleverley. Er ist hier immer noch am Ball. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Ben Thompson. Das könnte was werden jetzt. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Ballverlust. Ballverlust. Valmer. Jetzt gibt's hier die Ecke. Wir sehen die kurze Variante. Niklas Füllkrug, sie sind da, jetzt schießt er, sehr gut gemacht vom Torhüter. Kurz ausgeführt. Gibt erneut Eckball. Ball wird kurz gespielt. Zieht ab. Sie können den Ball erstmal ablocken. Füllkrug, da ist die Führung und sie haben es sich wahrlich verdient. Bisher total überlegen, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Aber wir sehen es hier nochmal, der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wie bewertet die Schiedsrichterin jetzt dieses Foul? Da der Glück, keine gelbe Karte, aber der dürfte jetzt keine Schonfris mehr bekommen vom Unterteisch. Schönes Dribbling hier. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Die Ecke kommt, weiter gefährlich. Den Schuss musste der Torhüter halten, so unplatziert wie der war. James. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Füllkrug. Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Alles sieht gut aus. Ist es das jetzt? Ist das die Chance? Es ist Pause. Das war es für den ersten Durchgang in dieser Partie. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Achtung, Füllkrug. Und hier ist der Torwart sicher erhält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. So, jetzt die kurze Variante. Die Abwehr ist da durchaus gefragt. Schön als Spielaufbau. Und so wird das nix. Den Hälter-Torwart natürlich. Viel Platz für den Konter jetzt. Gebt Vorteil aus diesem Fall. Jetzt der Versuch. Klasse gehechtet. Ungehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Ja, und nun gibt es die gelbe Karte. Also doch noch für diese Aktion gerade eben. Hat die Schiedsrichterin nicht vergessen. Sie wechseln also aus. Ecke kommt ins Zentrum. Er verliert da den Ball. Kann klären, auf Kosten dieses Einwurfs. Jetzt der Schuss. Einfacher Ball hier für den Torwart. Cleverley. Jetzt der Vorstoß. Ball läuft gut. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Die Chance hier. Super gemacht. So gerade bringt er hier den Ball noch über die Lande. Ecke hier. Das kann natürlich gefährlich werden. Kurz ein Ball. Und das muss natürlich Abschluss geben. Ballverlust. Das setzt er sich gut durch. Das könnte gefährlich werden. Gefährliche Szene. Ganz sicher. Ecke wird kurz ausgeführt. Da kommt die Ecke. Da kommt die Ecke. Platz zum Konter. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Das könnte was werden. Ja, ganz energisch. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Chester. James. Gute Aktion. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. jetzt da hinten der Keeper mit dem Ball. Und jetzt da hinten der Keeper mit dem Ball. vielleicht der Ausgleich. Ungefährlicher Wahl. Und den hält er natürlich. So, drei Minuten sind noch zu spielen jetzt. Er ist frei. Da kann was draus werden. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Jetzt die Chance. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Knapper Sieg also am Ende. Knapper geht's nicht. Spricht schon für die Nervenstärke der Mannschaft. Ein gutes Spiel von ihm heute. Kann man nicht anders sagen. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren. ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus. Und dann kommt eben auch den Knapper. Vielen Dank.